servus liebe world of warcraft freunde und willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal mit frischen hotfixes jawohl richtig gehört wir haben mal wieder ein paar hotfixes und in den usa ging die wie immer einen tag früher online also am dritten februar bei uns ist es jetzt am 4 februar und wir wollen uns gemeinsam mal angucken was die zu bedeuten hatten wenn euch das video gefällt lasst ein like da lasst ein abo da und aktiviert die glocke und damit schauen wir uns das ganze mal an wir haben den dämonenjäger verwüstung und zwar der rachsüchtige rückzug führt nicht mehr dazu dass der dämonenjäger sein ziel nicht mit die jagd der nachtfee ability anchargen kann dann haben wir rachsucht kleverwerfen zeichen der flamme und elysischer erlass sollten nun korrekterweise die bedrohung auf den zielen generieren die der dämonenjäger nicht angegriffen hat not attack jawohl dann haben wir covenants pakte die nachtfee fix an issue where horn of the wild hunt corain soul bind was using an incorrect sound effect also das horn der wilden jagd von corain hat einen falschen sound effect wohl benutzt das wurde geändert und dann haben wir die fähigkeit ansturm der wilden jagd auch ein corain soul bind ability hat nicht funktioniert während natürlicher schwung aktiv war das ist eine fähigkeit der seelengestalt der nachtfee also mit der euch hin und her teleportieren könnt dann haben wir pvp nekrolords die kanalisierung von fleischformung wird nicht mehr abgebrochen zu beginn eines arena matches also das ist ganz nützlich für die pvp spieler unter euch und das selbe gilt für warlocks wenn ihr zu beginn eines arena matches also quasi wenn der count dann runter geht ein dämonen beschwört wird das auch nicht mehr abgebrochen wenn das arena match startet und dann haben wir noch torgast die quest let's let the trail go cold auf deutsch heißt das damit die spur nicht kalt wird kann jetzt in allen korridoren abgeschlossen werden das war sonst begrenzt auf das kaltheit interstitia mordregat oder die oberen ebenen mittlerweile können wir jetzt auch in den skoldus hall in den fraktur kammern und in der seelenschmiede das ganze abschließen und blizzard schreibt noch dazu the quest text will be updated to match this in a later patch also der quest text ist noch nicht aktualisiert es geht aber und er wird dann später aktualisiert das war's mit den heutigen hot fixes wenn euch das video gefallen hat wie gesagt like abo und glocke und damit bedanke ich mich bei euch fürs zusehen hoffe ihr seid auch beim nächsten mal wieder mit dabei bis dahin habt noch eine gute zeit bleibt gesund und reingehauen bis zum nächsten mal wieder 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 bis zum nächsten mal wieder